Hallo ihr Lieben, wir sind heute nicht mit dem Pferd unterwegs und auch nicht mit dem Hund. Wir sind heute bei uns im Stall bei den Laufenten und hier habe ich Essen vorbereitet. Da kann man sehen, das ist normales Futter und hier sind unsere Reste von den Menschen, nämlich Salat. Und ich möchte jetzt mal schauen, was die Laufenten am liebsten mögen. Salat oder normales Entenfutter. Da hinten könnt ihr auch sehen, dass eine Ente gerade brütet. Die haben gerade Nester gebaut und brüten die Eier aus. Oh, sie sind mutig und kommen. Mal schauen, für was sie sich entscheiden. Da sind sie. Oh, ein Salatblatt gemopst. Also wir haben gesehen, die sind mehr an dem Salat interessiert, als an dem normalen Futter. Sehr gesunde Enten. Bestimmt, wenn ich jetzt weggehe, stürzen die sich auf den Salat und brüten weiter ihre kleinen Küken aus. Bis bald!